Ja, Tag gesagt, hier ist Yamaha-Freak. Ich habe eben ein Paket bekommen. Ich habe mir was gegönnt. Ja, mein eigenes Weihnachtsgeschenk sozusagen. Und bin total gespannt, ob das Teil was taugt. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Meine Luna ist auch schon am Schnüffeln. Luna, was ist da drin? Ja, schau'n wir mal. Ja, schau'n wir mal. Ja, schau'n wir mal. Ja, schau'n wir mal. Das ist so scharf. Hab ich mir mal bestellt, beim Waldläufer. Der ist auch YouTuber. Und der macht Reefs über Messer, Äxte. Das haben wir als Messer. So, schauen wir mal. Mach'n wir mal auf die Kiste. Oh, was ist denn hier? Hey! Aua! 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 So ein verrückter Hund, ne? Hat man nur einmal im Leben. Auf geht's! Ist der Nier noch hin? Ja! Diabolo! Diabolo! 5,5 Millimeter! Ich habe mir nämlich ein Luftgewehr bestellt von Stöber. Die will ich mal ausprobieren. Das ist jetzt nicht ein super hohe qualitätes Luftgewehr. Oder wie sagt man? Ja, es gibt natürlich andere Firmen. Da zahlst du das Doppelte, Dreifache. Aber warum? Ich will das erstmal ausprobieren. Aber ich mache mal weiter mit dem Auspacken. Mal, was ist das denn? Mal, was ist das denn? Coolstoff, Coolstoff, Plastik! Plastik, 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 Plastik. Ah! Oh mein Gott, ne! 400 Präsidionspellets. 5,5. 22er Kaliber. Aber warum muss man dann alle so verpacken? Muss das alles sein? Die Dose könnte ich ja kaputt gehen, ne! Müll ohne Hände. Mal gucken, ob die Diabolos gut sind. Ja, jetzt kann man ja sehen, wo ich das bestellt habe. Hast du die Tüten kaputt? Ja? Jetzt kommen die Tüten! Tüten, 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 Tüten! Boah! Gottverdobend! Ich wollte eigentlich den Karton noch nicht kaputt machen. Da, da, jetzt! Ich hab's! Ich hab's! Ich hab's! Ich hab's! Das sieht toll aus hier! Ja, mach mal weiter! Ich mach nur den Dreck von mir weg! Ja, mach mal weiter! Lass ihn zwischen den Zähnen kleben, ne! Lass ihn zwischen den Zähnen kleben, ne! Ich hab's! Ich hab's! Ich hab's!